Negativ, Professor. Ich bin kurz davor, den Ursprung des Kopfschluter-Virus zu extrapolieren. Wenn der Analysevorgang jetzt unerbrochen wird, sind alle gesammelten Daten wertlos. Ich bin kurz davor. Deaktivierung initiieren. Vaters Programmierung sollte verhindern, dass er Menschenleben gefährdet. Ich glaube, der Computer-Virus greift seine KI an. Ich muss seine Systeme vom Core-Netzwerk trennen. Verdammt! Ich komme nicht dran! Wir müssen verhindern, dass sich der Computer-Virus ausbreitet. Wir müssen fahrwalt die Kontrolle über die Systeme der Stadt entziehen. Meine Videoverbindung zu Dr. Barton. Und zwar. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Bafur Tori Barton. Zugriffsberechtigung auf sämtliche Systeme verweigert. Subjekt wird als Bedrohung eingestuft. Subjekt wird eliminiert. die Schleifung habe ich noch nicht gespielt. und diese unternehmen hier trotz es geht mir gut keine sorge einige kollegen und ich konnten uns hier wir müssen versuchen fadler vom restlichen netzwerk abzukoppeln Aber dazu brauche ich einen funktionierenden Computer. Und vor allem Energie. Da gab es früher eine Ölquelle, in der Nähe meines Tiefseelabors. Sie wurde vor Jahren verschüttet, aber das ließe sich beheben. Oh, okay. S.A.A.T. kann es sich nicht leisten, Fahrwer zu verlieren. Wir müssen den Computer-Virus stoppen, bevor er alle Systeme infiltriert hat. Okay. Ich denke, ich kann da etwas für Sie tun. Mit einer kontrollierten Detonat. Okay, da gibt es den Unter. Was ist das? Das ist okay. Hier bin ich nicht. Sicher nicht. Ja, wir werden die Schuhe mit der Wasserstattung. Nichts in Back32-Turm reißen. Oh. Ich wusste, dass es klappt. Jetzt müssen wir das Öl nur noch mit einer Ölplattform fördern. Oh, und wo? Genau. Die 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 Bano Produktion gestoppt Der Das ist die den der der Die De Die 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 So, ich muss noch... Dein Trambe! Wo ist denn... ...daten Schiff? S.A.A.T. kann es sich nicht leisten, Father... Muss ich da jetzt in mir oder nicht stehen? S.A.A.T. kann es sich nicht leisten... Das ist enttäuschend. Diese Waren werden sie garantiert voranbringen. Ich kann das betraut. Ja, komm mal. Ja, so wie im Dachland, glaube ich. Wie lautet der aktuelle Status? Halt. Und? Machen Sie bereits Fortschritte? Ja, jetzt hast du einen Trambebensbus. Die Nachfrage an unseren Entwicklungen ist groß. Wie lautet der aktuelle Status? Unsere Technologien sind komplex. Aber userfreundlich. Also, ich müsste das hinliefen. Und zwar mit der Technologien. Derhin. Und zwar mit der Technologien. Und da. Nürnberg Ich kann es nicht mehr sehen, dass ich es nicht mehr sehen kann. Die Knie waffen. Schnell! Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren. Es gibt keine Probleme. Nur Lösungen, nicht wahr? Sie sind eine Gefahr für diese Stadt. Sie muss vor ihnen geschützt werden. Ich habe vor, Gebäude für Gebäude vom Netz zu nehmen. Aber dafür muss ich erst unsere Operationsbasis sichern. Ja, okay, ich glaube, jetzt eine gute Stelle. Ja, gut, das sehe ich auch. Mal eine Ausnahme, Pause zu machen. Und zwar, ich möchte mal eine Verschreibung überschreiben. Genau. Spiel gespeichert. Und schon sehr richtig gut.